Tausende Menschen werden von Krieg und Hunger aus ihrer Heimat vertrieben. Aber auch bei uns finden sie keinen Frieden. Das reiche Europa lässt sie im Elend vegetieren. Wir machen da nicht mit. Wir schenken ein Zuhause. Wir schenken Menschlichkeit. Wir haben mit unserer Kirche im Bistop Regensburg, ganz speziell hier in der Stadt Regensburg in den vergangenen Jahren, sehr viel gemeistert. Wir haben viele Flüchtlinge hier aufgenommen und sie begleitet. Wir haben eine Perspektive gegeben, aber auch viele unbegleitete, mitteljährige Flüchtlinge. In den letzten Monaten haben wir die Corona-Krise sehr, sehr gut gemeistert. Wir sind noch mittendrin, wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Und doch, glaube ich, fehlt etwas. Vielleicht haben wir zu den letzten Monaten nicht mehr so stark wahrgenommen, wie viele Flüchtlinge es auf dieser Welt gibt, vor allem in Griechenland. Viele unbegleitete, mitteljährige Flüchtlinge in Griechenland. Und auch für die wollen wir da sein. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit.